ja hallo dudes und dudettes das war voll scheiße am Anfang aber ich finde es irgendwie cool, wollte mal ausprobieren also hallo Leute, dudes und dudettes, was für eine scheiße zuletzt verheilte Binding of Isaac ja, heute spielen wir mal mit Samson ich glaube links wird ein leichter grauer Rand zu sehen sein egal hauen wir rein da ist er sofort der Item Room, wo Mr. Mega drin ist da können wir gerade mal einen Bomben für 3 tauschen so was haben wir denn hier ein Kopf tot ja, kam länger kein Isaac mehr oh Gott und ich wollte einfach mal wieder aufnehmen ah, du Sau, auf verdammt, ich kriege ihn nicht rein nein komm jetzt, du Sau Stevie die Wunder ah verdammt das reicht wow was geht mit ihm jetzt was geht mit ihm jetzt kommt es ja, das war ja mal epic, awesome, scheiße oh Gott random tears das kann gut sein, das ist gut für Samson ich kann ja auch wieder so reden wie in der letzten Folge ah, hallo Leute zurück zu der Binding of Isaac hier bei der Sendung mit deinem Haus wir spielen heute mit Samson der jetzt schon ein paar Spinnen voll aufs Maul gibt aber ich höre glaube ich auch so zu reden denn das ist voll scheiße also oh Gott Raph ja nee ja Raph hier nur deine Bombe zurück Raph nein nein kannst du behalten aber halt deine Scheiße ja genau Raph so ist richtig das ist nicht voll scheiße weißt du das hier nur deine Bombe zurück alter Raph genau tschüss rückgegen Mr. Boom das ist einfach eine fette Bombe als Speiseite mehr ist das nicht wow ok das war relativ gut jetzt haben wir number one als tears das wir schießen unglaublich schnell Max tier glaube ich und wir weinen nicht wir pinkeln jetzt haben wir homing shots und kaboom das war das äh tears item also das space item tears item geil läuft es heute mit meinen Versprechern jetzt haben wir oh jetzt haben wir two shot ist natürlich super und wir fahren mal ein paar mobs von ihm weil so sind wir natürlich werden wir immer stärker und hauen sie kaputt wie jetzt hier und ich will natürlich noch einmal auf mich drauf oh god was kriegen wir ein hp upgrade das ist super auf samson oh god dieser run wird so unepisch und wie er das wird komm komm was ich kann komm 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 du auch komm sonst gar nicht mit umrufen eine münze oh god oh god hört auf fest auf was soll das danke bum tam tam oh super was für ein raum wir haben keine bombe wir haben keine bombe so zwei bomben passt hier eine regen bombe und soulheart die feder ja komm immer halt die feder mit was haben wir hier drin nein nein es ist jetzt nicht so das was ich so will das hat jetzt nicht gebracht worte 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 noch sterne okay es hat sogar gebracht gott scheiß glatten gewick na hast du auf scheiß ich habe schon 2 der 7 super ist jetzt ein gutes oder ein schlechtes zeichen na triple shots wow so bonbon herz hat bräunert war sehr gut gesetzt über musik ich bin eine schöne prinzessin es wird sich übrigens ja ganz normal einleiten irgendwie war das ist doch nicht so cool ich habe so eine scheiße sein leitung gut sind jetzt war scheiß was denke ich mir nur dabei ja stirbt man ich bin samsan mann und zu sparse oder klein gilt man also klein gilt man die gebad er kommt schon alles klar so mal rein gibt uns einmal das book of revelations erhöht auch übrigens auch die chance auf die reiter auf die reiter habe ich nicht wirklich das will mit sony so gefallen wie es am anfang gefallen wollte ja schießt hat noch unfairer kommen so verreckt doch einfach danke hat so einer ich heiße sie beim stirb ein raum voller scheißhaufen ja verreckt du auch verrecke meine jüte du es krieg ich für räume geht doch drauf sei herzen drin am nächsten halbes super ey leute nicht gut nicht gut meine ich nicht gut mit nicht gut meine ich das läuft ich scheiße ja geil 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 ja die brauchen rewisch zu sterben noch einen versuch mache ich dann war es schon wester wat arschlecken erster item die fieder nie erster item die fieder auf ich habe wieder so eine boah 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 gott das ist nicht gut super danke fürs geld ich brauche kein geld ich brauche keine trollbombe dieser run ne das ist richtig schön zum abkotzen möget ihr sterben möget ihr umheulen mögest du auch sterben mögest du sterben fliege das spiel hast du das spiel hat man hast durch absolut wenn ihr das rechts oben mein logo sie hätten abgewandelter vor alter das ist neues feature was youtube eingebaut hat recht cool kommen können leute hier so bald ich auf dem video kommt mal auf meinen kanal gehen anstatt noch dieses video irgendwie total bescheuert aber ich weiß lustig ob man das irgendwie verändern was haben die mit der feder nur noch ein versuch und dann höre ich auf solltet was will ich mit der feder als will ich mit euch was will ich mit euch geht weg komm haut rein komm jetzt mit red kann man voll damage kriegen und man sieht sie haben jetzt voll damage also dafür damit natürlich noch viel höher steigen ja ja ne ne und so ich muss schauen ob man das auch irgendwie umleiten kann dass andere kanäle verlinken kann und nicht nur meinen aber ich schau halt mal das habe ich da eine bombe einstellt und mit der kann ich nix mache es ist voll müde dann war hier das kartendeck ich bin jetzt so hart an die kleinen gov hier wir haben jetzt auch kein scheiß gothoff macht gothoff ich glaub der mit ab ich weiß es aber nicht und zwar zwar zwei solace wegg gespendet das ist man so von egal die oberstelle war war daten epischer fight erkannt fight me monsters you don't belong in this world come on na na geh weg geh weg danke ja super awesome yeah das spiel hast mich bam bam komm jetzt komm was ist das vernünftige vor allem weg ey ba bach ja 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 ist ja geil ist echt oh super scheiße bach bam 000 kämpft 입니다 dieses spiel hast mich allein schon dieses scheiß spawner hier ich bin weiß genau dass ich bin über alles hasse in dem game danke no fucking common on these items if you don't understand english ice head and german scheiße ja du kannst doch übertreibend joker fleiß kein problem kannst du auch einfach komplett ausrasten ich glaube noch in rein ist egal ne super fleißes hassen mich alles hat mich in diesem game selbst der hasst mich du gut ich war immer so dicke waren wir noch mal hp und doch mal ein hp und eine neue karte tower was total unnütz ist 2 hp hab's gekriegt tower fight me bam 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 yeah total awesome und schon wieder diese scheißhaufen halt auf mir zu folgen hey 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 weißt du was ich stehe einfach komm das ist so ne idee oder einfach sterben weiter haltet halt noch mal aus ich stirb jetzt wenn ihr mich versteht was tue ich ja eigentlich hier bombe bombe hab keine bombe mehr wenn ich das unmöglich schaffe und an diesem monster sterbe dann könnt ihr mir bitte alle epic fail epic giga ultra fail unter jedes meiner eise videos machen das würde mich echt freuen aber ich bin einen wütegen ich bin nicht wer ich bin kein das das 2 das Nein Nein neineur gebetet seit es war es mit der beinigung epic giga ultra lotter totter big overrated fail of the jahrtausends isaac tschüss